Ein Stück aus der Welt ist Jazz. Ich nehme an, ihr mögt Jazz. Jazz ist für euch. Heute ist ja der Jazz-Tag, deswegen klar. Alles Jazz-Leap-Haber ist ja klar. Und jetzt spielen wir eines der bekanntesten Jazz-Stücke, Jazz-Standards. Standards, ja, ja, man. Jazz-Standards. Let's play Take Five. Take Five. Yeah, Take Five. Take Five ist... Wir spielen es aber in zwei Tempi gleichzeitig. Ihr könnt euch jetzt aussuchen. Die einen Headbangen im einen, die anderen im anderen Tempo. Und man trifft sich dann nur so immer wieder. Das ist immer ganz cool. Dann geht es wieder auseinander und es trifft sich wieder. Es ist voll dufte. Also probiert es mal aus. Es geht konsequent durchs ganze Stück. Zwei Tempi. Zwei Tempi. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.